Schnaipers ist sowas von unnötig einfach nur. Zumindest wenn man es nicht kann und ich kann es nicht. Oh, aber ich glaube, hier ist Kundschaft. Da ist auf jeden Fall Kundschaft. Schau mal, da schwimmt einer. Der muss jetzt eh an Land, also... Ach, du wirst nicht überleben, Junge. Du wirst einfach sterben. Ist das schon tot? Ich glaube, den hat servischt irgendwie. So, schau mal, ob wir hier noch irgendwen zum Treffen haben. Wer schießt denn da? Oh! Oh! Komm, schau mal. Oh, so ein Schisser. Komm, mir eine Granate noch. Vielleicht schreckt dich das ein bisschen auf. Na komm, noch mal her. Jetzt hat er Schiss bekommen. Oh! Wie hält der denn aus, ey? So, jetzt aber. Boah, der dem Show. Wir sind, glaube ich, noch ein paar andere da oben. Ein paar andere Kandidaten oder muss jetzt ein bisschen... ...echt entscheiden, was hier von... ...was ich jetzt hier mache. Sehe ich die so? Ah, da ist einer. Da war er gerade. Da, da war er gerade. Da hab das gesehen nur kurz der Kopf. Boah, die sind ja richtig asozial, ey. Stehen da oben und Ballen einfach nur runter. Das ist echt scheiße. Ich hoffe, ich komme hier hinter die Ecke. Da hab ich eine gute Chance, die abzuknallen. Okay. So, und jetzt nur noch schauen, wo sie sind. Ah, nix da, Freundchen. Nix da. Oh, so, komm, ein Treffer noch. Ah, lieber nicht, ey. Ich warte noch schnell, bis mein Leben regeneriert ist. Und dann versuche ich es nochmal. Schau mal, ob mir noch irgendwas... Okay, komm, leben, regenerier dich bitte. Jawoll. So, jetzt und... Scheiße. Oh, alt! Da waren jetzt plötzlich ein paar anderen auf dem Dach. Kackies, kackies. Oh, ich glaube, der ist unten, oder? Ich bin bereit zum Springen. Oh Gott. Ja, da muss ich auf jeden Fall runter. Jetzt bleiben wir hier mal schnell, versteck dich hier mal. Dann müssen wir jetzt nochmal hier wieder von unten... Oder wir nehmen einfach mal die Leiter. Hä, wo ist... hä? Bei Domination ist hier eine Leiter. Kommst du ja nicht? Ist ja komisch. Hat das etwa was mit dem... Gott, das dachte ich schon, da wäre ein Gegner. Mit dem Balancing zu tun? Das kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, ja, lass mir die mal weg, sonst kommen die hier ständig hoch und nerven. So, aber jetzt mal... Ah, jetzt ist der alleine da rein. Ja, ich gehe alleine rein, nur mach das alles selber. Boah, leck wird der weggeballert. So, jetzt aber. Jetzt hohe mit dir. Und ich gehe auch alleine rein. Scheiße, ich dachte der... der war AFK, weil der da so dumm rum stand. So, Sniper, da braucht es natürlich einen richtigen Glückstreffer und ich bin schon... Du bist so erbärmlich, Junge. Du bist so erbärmlich. Ah, das... das kriegst du zurück. Das kriegst du auf jeden Fall zurück. So, jetzt schon mal, ob wir hier... Jawohl. Ne, das... 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 Kann ich vergessen, dass solche Noobs hier irgendwie... eine positive KD kriegen, das finde ich sowas von unfair. Also, go, go. So, den Romanz jetzt, ey. Freunde, jetzt zeigen wir dem mal, wo der Hammer hängt. Ja, das gibt's auch gar nicht. Also, ähm... War das... war die, ne? Ja, ja... Willst du ein Roadkill? Ich hab gehört, du willst ein Roadkill. Ich hab gehört, du willst ein Roadkill in den Ausschütt. Naja, da warst du aber ein bisschen überrascht. Und vor allem das Geilste ist, das Ding hier... ist noch... Komm, das geht noch. Komm schon! Ah, komm schon über die Kante! Hammer, nice! Ja! Oh! Der ist ausgestiegen! Warte, ich hole dich! Ich hole dich! Ich hole dich ab, ich hole dich ab! Oh, ich sollte meine Perspektive wechseln! Oh Gott! So, wo ist der? Scheiße, ey! Er schießt denn jetzt schon wieder auf mich? So, wo sind die Freunde hier? Hat jemand die im Schussbereich? Kann ich mal jemanden... Schießt den mal ab, Junge! What the fuck! Alter, nicht schlecht! Ah, der hat... Also von... Wo hat der geschossen, bitte? Der Hammer! Respekt! Muss man wirklich mal sagen! Ist doch irgendwie von hier oder so! Boah! Alter, krass! Hier wird übrigens das Bild hier angezeigt, aber das ist wahrscheinlich nicht da! Und ich mache auch noch einen Doppelclip! Oh, Gott! So, jetzt holen wir uns das hier aber mal! Unter Wasser hier! Is this beta? Leggy for you guys! Ja, schon ein bisschen muss ich sagen! Also... Was geht jetzt eigentlich im Let's Play? Finde ich... Hatte ich jetzt noch keine wirklichen... Einfrierer? Was ist, wenn wir jetzt hier unter Wasser bleiben? Oh, kriegen wir ein bisschen Schaden! Oha! Oh, da ist einer! Und ich muss wieder zurück! Da ist nämlich gerade einer, glaube ich, am... Irgendwas Böses machen! Oh, hat der wenig Leben hier! Leben! Oh Gott, ey! Was war das für ein Wurf? Oh! Hat doch kein Leben mehr! Ja, irgendwie... Weiß auch nicht! So! Jetzt weiß ich also, wie man merkt, dass man keinen Sauerstoff mehr hat! Aber ohne Scheiß, ein Kampfsoldat sollte jetzt schon ein bisschen mehr Sauerstoff haben! Also ganz ehrlich! In allen anderen Spielen haben die Sauerstoff bis zum Abwägen! Aber jetzt war Elite-Soldaten nicht und das... ZZZ... Oh! Positive KD! 7,5! Hammergeil! So, ey die Freunde da oben, ne? Das finde ich ja so richtig gammelig einfach nur! Oh! Ja, der will... Willst du schwimmen? Ja! Ja! Na, wo bist du denn das Wasser gegangen? Hier sagst du! So, wo bist du jetzt? Da, ne? Na, ist natürlich ärgerlich! Hehehe! Captain Drugs, alter! Ich hab Captain Drugs so umgedeckt! Hammerhart sag ich das! Okay! So, hier ist nix los! Einfach mal... Oh, jetzt haben wir aber ein bisschen Lecks hier! Oh! 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 Der Ping! Oh! Der Ping! Oh! Komm! Da krieg dich mal wieder ein, ey! Der Ping ist manchmal... Ja, jetzt passt er wieder! Die Beta ist echt ein bisschen... Wurde Ping hat wahrscheinlich eher was in meinem PC zu tun, aber... So, halt, die oben ansetzt! Oh! Das sind unsere Freunde schon oben! Ja, der Ping ist echt... Oh! Scheiße! Ist das scheiße! Das ist übrigens eine Alarmanlage, ne? Also wirklich, da kann man auch erkennen, wenn, äh, Gegner durchlaufen, die geht dann halt an und dann hört man das akustisch über die Ohrmuschel... Alter, ey, jetzt so eine Scheiße, das geht immer ein Ping ab! Ist ein bisschen leckig hier alles, ne? Ja! Die Scheiße! 200... Alter! 999 hat der da oben, okay! Aber es läuft noch erstaunlich flüssig für... Alter! 544er Ping! Sehe ich das hier richtig? Aber dafür läuft es auch extrem flüssig, muss ich sagen! Vor allem war es jetzt... Moment, was hat das? Das ist auch... Aua! Lass mich in Ruhe! Ich hab da einen Ping! Jetzt nicht mehr! Nein! Hinter mir ist hinter mir! Oh Gott! Alter, war das knapp! Der war... Der war... Ja, irgendwie... Die Grafik ist natürlich super im Battlefield, vor allem wenn man so am Feuer vorbeiläuft, finde ich, sieht das an der Waffe so geil aus! Sieht echt geil aus! Und auch die Unschärfe, wenn man hier so zielt! Sehr, sehr schön! So, ihr habt so das Gefühl, da oben ist noch einer! Oh Gott! Ich weiß gar nicht, wohin ich schießen soll! Alter! Oh Gott! Ich treffe irgendwas! Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn jetzt muss ich einfach weiß ich von wo es kommt hat mich gerade so hat geschossen und ich weiß nicht woher ist hier im wasser ich weiß nicht gott ich will es gar nicht wissen einfach mal hoch da gibt es hier hoch da kommt einer von unten achtung aufgegangen so schön abgestaubt man muss auch einfach mal auch zugeben dass der abgestoppt war so super gut erobert würde ich mal sagen selbst gemacht gut gemacht wir hier gerade ohne scheiß 205 172 ist nicht schlecht trotzdem spannend das wichtigste konnte romans jetzt let's go hans mit der ping ist ein bisschen schwer zu handen ich glaube die beute und gott viele wurden dann da schon ja gar nicht die wurde wieder zurück kommen wir wieder so einen treffer der war nicht schlecht freunde also ist ein granate verkanne ich schon so einigermaßen glaube ich zumindest also ich finde ich kann es ein ich habe ich jetzt gar nicht getroffen weil ich ja wirklich extrem viel medic spiel und ich konzentriere mich auch ich versuche mich wieder nur auf medic zu konzentrieren weil ich finde das einfach ist eine wichtige klasse und ist auch wichtig dass die man spielt so vehicle disabled aber da repariert einer irgendwo in der liegt da oder ach so sorry und jetzt die moniale der moni für mich die damen am 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 jungs bräuchte echt mal ein bisschen was halt okay mit der pistole machen wir das jetzt hier hinten dann mäßig so schließt ja wieder japanisch das lag jetzt liegt das zweite mal so ein trümmerteil oh shit jetzt habe ich aufgepasst wo die tür auf geht ist immer die gegenüberliegende okay hier oben ist tote hose schön breitflächig hier schauen sieht gut aus jetzt haben wir mal schnell rüber ja 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 ich glaube das wird nix elf fünf leute geben euch das mal zwar nur 18 ok nicht so geil aber aber eine schöne karte finde ich also für mich ist er gut 11 5 könnten zwar ein paar mehr kills sein aber das ist echt ein bisschen buggy bei der beta wird angezeigt dass dann fahrzeug ist aber dabei ist da gar keins mehr ich weiß nicht warum das so ist aber ist halt manchmal so also ist jetzt schon glaube ich der zweite part denke ich mal von der map hier von dem match und sagt einfach noch mal in glaube ich eine woche ungefähr ein bis zwei wochen nehme ich im neuen mikrofon was mit dem t-bone sc 450 wirklich gutes mikrofon für den fernpreis fällig und da geht es an bergauf leute da ging mir die moni alle ich habe ich gehört also mikro da ist echt krass wie viel das ausmacht und ich muss auch sagen also der ton vom mikro ist wirklich nicht der geilste und finde ich echt okay werden jedes mal sagt dass die mikrofon quali nicht die beste ist weil ich nehme mir auch nur mehr zeit auf also ich bin immer für verbesserungsvorschläge offen solange sie sachlich kritisiert werden mal sagen das fahrzeug die grad dick aufs fest wo der ist das ist hier irgendwo im wasser flieg doch mal jetzt wollte ich den im wasser jagen suppression aua ja streich mal lieber aus der schmier so ein lebensmüder ja vielleicht löscht es weg vor mir mit einem roter blättert sehr abend scheitert sich nicht zerteilt wurde das wird es natürlich geil oder der mich der ich viel zu spät gesehen ich habe erst nach rechts geschaut weil ich den gesehen habe und dann war der plötzlich links aber die angie ist ja mal richtig der verpackt hat ich glaube jetzt gab es geld ausgegangen für die munition aus und schon wieder gewonnen das ist der hammer ich geil total time sehr gut es gibt perfekt zwei 15 minuten parts wahrscheinlich oder vielleicht zwei 10 minuten parts how do i revive vielleicht mit ein paar defibrillateurs defibrillatoren wäre vielleicht mein anfang assault rifles level der hier nicht mehr die einzelne waffe sondern allgemein finde ich ziemlich cool ob es das moment schade kann ich das gar nicht mehr anschauen soll ich mal sehen was das ist 12 8 freunde ich finde das echt ok wo würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wenn das ganze gefallen hat wird es natürlich wirklich richtig motivieren ist halt wenn man am anfang von let's place ist wirklich krass über sich da freut über likes ab und abos oder sowas also wenn ihr mir einen gefallen machen tut tut es gerne wenn nicht dann werde ich etwas aggressiv ein spaß bis zur nächsten folge tschüss